Willkommen zurück, Kirby, Folge 4, weiter mit Abschnitt 4. Kolosseum ist jetzt neu dabei, da werde ich auch mal eine Folge reingucken. Aber jetzt geht es erstmal ins Eisgebiet. Winterkuppe. Nördliche Froststraße. Ich gucke mal ganz kurz, was dahinter noch kommt. Das habe ich mir nicht gedacht. Ich glaube, hier geht es entweder dann nach oben. Ja, ich würde sagen, hier geht es dann nach oben später. Da bin ich mal gespannt. Nördliche Froststraße. Soll ich wäre dieses Bomben-Scheiß-Ding. Das will ich gar nicht. Entdecker will ich aber auch auf gar keinen Fall. Hm, Pinguin nämlich. Gib mir die Pinguin. Gab noch kein Eis-Upgrade, aber es wird es wahrscheinlich dann hier geben. Vier Schneeskulpturen. Also, schön Augen offen halten. Chat, falls ich eine verkack. Müsst ihr mir sagen, wo die ist. Ich brauche unbedingt mal ein Eis-Upgrade. Das Gefühl, der ist voll schwach. Es liegt mauer. Oh, wel. Kapsel Roat Ja, ich glaube nicht in den Bombenmann Das besser, in den Bombenmann Oh Ja Hab dich, mein Freund Der erste Let's go Oh Oh Hm Ach, jetzt brauche ich hier auch noch den Entdecker Den, den ich gar nicht mag Ach, ich brauche hier wieder den Entdecker Also den Entdecker finde ich bisher am schlechtesten Der gefällt mir nicht Oh 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 Oh, es ist chillig. Ganz schön viele Kapseln in dem Level habe ich das Gefühl. Ich gehe dritter oder so? Traiert, der ist auch so schwach. Kapseln. Oh, das zieht ganz schön viel ab. Ich bin mal gespannt, komme ich da noch rein? Ich hasse diesen Scheißtypen hier. Kann ich vielleicht mit der... Wie komme ich hier rein? Hm, hm, hm. Hm. Okay. Okay. hey wofür brauche ich den hit? ach guck mal ich kann hier runter mit der treppe mache das wo kommen denn jetzt die pinguine wieder her? hab dich my friend vierten geholt ach finde ich aufgepasst gibt es hier noch eine skulptur? ich habe nämlich nicht alle eine skulptur fehlt habt ihr die irgendwo gesehen? wieso ist das hier offen? weil man hier rüberfliegen kann schade ich hatte eher gehofft dass das die skulptur ist ja eine skulptur fehlt mir und noch irgendwas schade schreibt mir in die kommentare falls ihr gefunden habt wo die skulptur ist und mit timestamp bitte und der burger der kirby burger auf den kirby burger hätte ich jetzt auch bock u-bahnhof auf eis man das nervt mich diese eine skulptur die habe ich bestimmt irgendwo einfach völlig vercheckt ach scheiße was war denn das dritte? habe ich jetzt gar nicht geguckt das andere fragezeichen was muss ich denn da noch machen? kann man das hier sehen? serie 2 30 von 79 2 von 78 da gibt es bestimmt viele serien bombenkettenschatz das ist cool Das war's für heute. Hey! Okay, wild werfen, wird schon irgendwas treffen. Okay. 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 Pizzi, bist du wieder zurück? Jetzt 30. Nice. Bist doch später mit Jasmin bestimmt auch dabei. Ah guck mal, Jasmin geht jetzt schon online mit Zelda. Lassen wir die ein bisschen Zelda spülen und dann später ein bisschen Mario Kart. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, nice Dann lassen wir die mal ein stündchen spielen Ich würde sagen, ich mache noch das Gebiet zu Ende Oder so Oder vielleicht das nächste noch Dann heute Abend Mario Kart So und jetzt U-Bahnhof auf Eis Oh, jetzt habe ich diese Scheiß-Power ab Das mache ich direkt mal weg Das fehlt auch keiner Guck mal, da schläft ein Kirby Was ist das denn? Also den Clip, den brauche ich jetzt erstmal Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Welten es hat Ich glaube aber, nach dieser Welt Kommt Safe irgendwas Besonderes Weil danach ging es nicht weiter Ich habe schon geguckt Also ich denke mal entweder hier nach Irgendwie in die Wolken Ich kenne mich halt mit der Kirby Lore Mit der Kirby Story gar nicht aus Deswegen weiß ich nicht Bei Mario weiß ich immer Am Ende kommt Vulkan Dann kommt irgendwie was himmelmäßig Regenbogen Das kannst du immer dann gut Einschätzen Aber hier habe ich halt gar keine Ahnung Was für Welten es gibt Weischt? Der hält aber viel aus Ähm, ups Was für Welten es gibt Ah, wap. Wofür brauche ich jetzt den Hammer? Klettere auf Züge. Wieso ist hier der Hammer? Aha, für den Hegel. Nagel. Nagel. Komm her, bei Freund. Oh, Münzen nehme ich auch mit. Ach, Mann. Die scheiß Eisphysik hier. Ah. Kapsel. Vorsicht. Ah. Eis ist fies. Finde zwei geheime Wege. Also ein Zug, ein Weg noch. Ah. Ach, die sind da innen. Vollstopfen. Hallo, mein Freund. So, jetzt noch einen Zug finden und einen geheimen Weg. Oh, das will ich. Das mit dem geheimen Weg war einfacher als gedacht. Das hat geholfen mit diesem Unbesiegbarkeitsding. Ich muss mal aufpassen, dass ich jetzt den Zug nicht verpasse. Hm, toll. Aber wenn hier irgendwo ein Zug ist, dann werde ich das ja wohl mitbekommen. Nooo. Da oben. Nein, 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 nein. Vom Mario Kart geklaut. Was genau? Ach, mit dem Stern. Eher Mario, ne? An sich. Aber ich kann das auch nicht so genau sagen, weil, wie gesagt, ich habe die ganzen anderen Kirby-Spiele nicht gespielt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es das nicht früher auch schon gab. Oder ob das jetzt wirklich geklaut ist. Weißt du? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es einfach immer schon so was gab. Auch bei Kirby. Warum auch nicht. Und Verwundbarkeit gibt es ja überall so ein Ding. Kann ich jetzt bitte mal mit auf den nächsten Zug? Die Waddle Dees habe ich jetzt alle? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Zug. Nur noch der Zug. Ich bin bestimmt schon längst am Zug vorbei. So ein Ding ist das. Okay. Hast du noch irgendwo einen Zug gesehen? Mann, das nervt mich. Mann. Nur der Zug fehlt. Sonst hätte ich alles gehabt. Schade. Nur der Zug hat gefehlt. Bernhard. Wer heißt der? Pixel. Ja, den habe ich da schon, oder? Die Eckkröte. Da habe ich die große Eckkröte. Vom Ü-Ei geklaut. Frost. Böenmeer. Mann, das ärgert mich echt jetzt in diesem einem scheiß Zug. Ich denke halt daran. Irgendwann muss ich wieder in das Game gehen. Nur wegen diesem einem Zug. Also in das Spiel da. Das Level. Bleistiftbohrer. Brauche ich auf zwei. Edler Entdecker. Hmm. Edler Entdecker konnte ich ja leveln. Mach ich das mal eben. Und was ist Bleistiftbohrer? Ah, das war der Maulwurf, ne? Den kann ich auch leveln. Dann mach ich das mal schnell. Schlaf. Das ist echt eine Spezialpower. Ja, Maulwurf brauche ich. Also das Ding ist echt so ein Spezialding, ja? Das kann doch nichts. Ja, guck mal. Das war's. 50% Kraft, 50% Geschwindigkeit. Bleistiftbohrer. Was kann der jetzt besser? Und den Entdecker noch, ne? Boah, der ist ja noch. Okay, das gefällt mir. Dann mehr doppelte Geschwindigkeit als gut. Ja, stimmt. Der Manemote passt da ganz gut, ne? Schön erstmal schlafen. Eine Runde. Boah, doppel. Doppelschuss. Oho. Okay. Der sieht auch crazy aus. Den nehm ich mal. Mit Doppelschuss hat der eigentlich auch direkt doppelte. Boah, der schießt schnell. Doppelte Stärke. Doppelte Stärke. Doppelte Stärke. Bla Speaker. Doh baptism. Das ist ja recht. oh wie viel schnell muss man sein 45 45 habe ich es geschafft wie knapp ist das denn nice eine sekunde zu langsam ich habe gedacht jetzt ich habe jetzt mal gespannt und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wieder eine Sekunde. Was? Dachte ich war voll schlecht. Dachte ich. Hm. 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 Ich verstehe das Level bisher noch nicht so ganz, weil ich kann ja im Prinzip aktuell einfach nur durchrennen. Ich verstehe das Game. Das Level. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Das war's. 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 Und jetzt. Das war's. Das war's. und 800. Das war's. 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 Bomberman. Das war's. 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 Was? Das war's. Boom. Das war's. Mal. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Das war's.